hallöchen liebe minecraft freunde und herzlichst willkommen zu einer neuen aufnahme von let's play minecraft wir waren hier das letzte mal stehen geblieben also für mich jetzt gestern für euch ein paar folgen später blieben wir hier bei diesem problem hängen und ich muss ehrlich zugeben ich habe immer noch kein kein ob es kann keine ahnung wie ich das lösen soll aber ich habe herausgefunden dass er manchen adventure maps das wirklich ein blog so über denen ist und man trotzdem die truhe aufmachen kann und ich glaube das geht oder dass wir jetzt gerade eingefallen vielleicht geht das wenn das finde ich irgendwie komisch weil eigentlich ist ja dann schon ein bisschen blödsack ich meine außer ich habe eine idee ja ich habe eine idee scheiße und zwar ja genau ich weiß jetzt glaube ich wenn ich hier ach ja und ich habe jetzt minecraft mal auf deutsch gestellt einfach weil es lustig aussieht finde ich so dann werde ich scheiße 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 ich hoffe sie sind nicht weg okay im moment ich brauche kurz etwas platz so dann packe ich hier das zeug einfach rein ja ich weiß ich weiß gerade nicht was ich reingepackt habe und werde dann noch mal hier eine truhe hin und eventuell ich weiß nicht wie das aussieht vielleicht gut vielleicht schlecht muss ich mal gucken jedenfalls werde ich jetzt noch mal was ich auf jeden fall brauche ich das hier kohle bräuchte ich unbedingt pflasterstein brauche ich holz könnte ich gebrauchen dreck ein bisschen dann ein eimer brauche ich auf jeden fall nicht zumindest nicht wofür ich wüsste obsidian ja das ist halt so die frage was ich mit dem obsidian noch machen werde es sind natürlich im portal aber wo und wie und wann und was das ist die frage so sepplinge hebt hätte ich dann könnte ich die bäume an pflanzen schnell aber erstmal will ich hier das problem ist halt dass ich dadurch auch das draußen irgendwie schlechter aussehen lasse weil ich sie dir irgendwie nicht schön aus oder ist so so wenn ich das jetzt raus sondern außer ich habe jetzt noch eine idee ja ich habe ziemlich viele ideen gerade aber ob die gut aussehen ist halt immer so die andere frage scheiße wenn ich das jetzt raus außerdem sehe ich kaum was hier also werde ich hier erstmal ein paar fackeln platzieren ob es hier und dort und zwar könnte ich ja eventuell ja das war jetzt nicht so ganz geplant das war anscheinend doch richtig was ich machen wollte hoppala ne moment ach scheiße das kann man hier gar nicht ach fuck ja außer ich mache hier wirklich das hier so ne aber was ich dann mit dem wooden slabs machen kann ist halt die frage gell ach mist 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 ja das muss ich jetzt mal gucken was ich dann mit dem wooden slabs alles machen könnte weil mit denen zu arbeiten ist nicht einfach weil man auf denen ja nichts platzieren kann also es sind eigentlich eher am praktisch am praktischsten um wege in häusern zu machen aber wie ich die mache ich habe daher ich weiß es echt nicht ich habe alle möglichen sachen beim offscreen versucht also halt nicht in dieser let's play wird sondern wenn ich halt manchmal offline spiele einfach so habe ich versucht wurden slabs in mein haus einzubauen aber ich habe es nie geschafft dass es schön aussieht und ich will jetzt kurz mal was gucken ach fuck nein einmal will ich auch nicht cola auch nicht nein genau warum geht das denn nicht das ist echt scheiße so ja jetzt muss ich irgendwie die ach hmm so oder haue ich die wirklich hier so rein und dann ah ich könnte ja mit den wooden slabs eventuell dann wäre hier aber nur ein gang frei wäre natürlich auch nicht gerade so schön wenn ich dann hier so mache ja oder ich mache wirklich nur alter hier ist echt dunkel mhm moment so jetzt nehme ich den dreck und haue den hier rein äh und jetzt muss ich erstmal was in die truhe rein tun damit die sachen ja nicht verschwinden so als nächstes machen wir so und so ja dann könnten wir ja wirklich vielleicht das so machen ja ich weiß jetzt sehe ich natürlich wieder nichts und eventuell aber so wäre dann wieder scheiße irgendwie also wenn dann wirklich nur so dann hole ich hier einen rein dann hier dann geht es hier wieder mal nicht hmm ich weiß es nicht hm 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 erstmal werde ich was essen ah moment erstmal werde ich ich hatte es sogar auf einfach hoppala so gut dann werde ich jetzt erstmal schlafen gehen so neuer tag neues glück würde ich sagen aber auch wahrscheinlich nicht für mich weil ich immer noch nicht weiß wie ich das hier jetzt machen soll ja genau ja super ja ist so ganz geregelt ist das her zeug ja noch nicht ne muss ich schon mal sagen aber ich sag mir für den anfang reicht es da mache ich jetzt erstmal ein paar drohen Falls ihr Ideen habt, bitte immer her damit Ich versuche sie so bestmöglich umzusetzen Aber das habe ich ja schon In den letzten Folgen gesagt So Jo Ähm Gut, dann esse ich erstmal was Und dann Was ich auf jeden Fall jetzt machen will Oh nein, nicht verschwenden Da esse ich mal Nix Ähm Da habe ich Kohle drin Hm Ich werde jetzt schnell ein bisschen Holz farmen Und dann werde ich nämlich wieder zurück Zum Bauernhof gehen Also zum Ähm Bik Bauernhof Und werde dort mal nach den Slimes schauen Weil im Offscreen habe ich da mal kurz hingeguckt Und dann waren da wirklich welche da Aber Das Problem war dann Das Problem war dann Dass ich in der Während ich an der Adventure Map baue Spiele ich ja immer auf Peaceful Und dann kam ich mal Hier rein Und dann hatte ich weiterhin auf Peaceful Und dann waren die plötzlich weg Das war ein bisschen ärgerlich Deswegen will ich jetzt gleich mit euch gemeinsam dorthin gehen So La Und la Ach shit Zack Zack So gut Hm Schweinchen Oh Tot Gut dann gehen wir jetzt mal hin Mit vollen Taschen Wie markiere ich mir das am besten Ich merke es mir einfach So Nein der Wüste sieht es immer irgendwie so aus Als wenn Ein Moment mal Ich muss bei mir jetzt am Headset mal Hoppala Ich muss jetzt bei mir mal am Headset Die Musik leiser machen Weil Die ist bei mir auf dem Ohr Drückt die schon ziemlich laut rein Sag ich mal Für euch sollte es aber eigentlich Passen So Ja Wieder so eine Riesenhöhle Äh Wüste meine ich Ist das Clay? Weil Ah Clay Ich habe jetzt aber kein Platz Problem Hm Das wieder Clay Show your moves Heißt das Lied Oder die Melodie Weil lieb kann man das ja jetzt eigentlich nicht nennen Oder Was denn jetzt unser Bauernhof hin Ah da hinten ist er ja Gut dann hoffentlich Wird es was Ich bin echt gespannt Ob Slimes gespawnt sind wieder In der Aufnahme Schon ziemlich cool Weil dann kann ich die jetzt wenigstens Dann kann ich die wenigstens auch Töten Und dann habe ich schon mal ein paar Slimes Äh Slime-Welle meine ich Und dann passiert mir das nicht mehr mit dem Peaceful Auf den Peaceful-Stellen Yo Tschüss So Spannung steigt Da-dum-da-dum-da-dum-da-dum Da-dum Da-dum-da-dum und warum ist nix gespawnt alles sieht irgendwie lustig aus diese effekte naja das ärgert mich jetzt aber schon jetzt dachte ich wirklich kann ich endlich mal ein paar slimes töten und ein paar slime bälle holen aber fehlen anzeigen gut dann könnte ich ja hier schon mal das feld ernt und zwar mache ich das mal so lalala ist es nicht praktisch ich weiß und ich habe natürlich kein platz hoppala was kann ich denn da reintun dreck kann ich reintun gut so dann laufen wir mal rüber aber man kann ja jetzt hat genau normal überlaufen ganz vergessen das geht der ihr zeiter 1.1 lalala ja so geht es viel einfacher so gut jetzt habe ich wieder keinen platz aber gleich habe ich wieder dazu da habe ich eine hu dabei so ok oh sogar ein haben wir echt ein stack verbraucht komisch mit hand machen und 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 und